Nicht heißen, nicht essen, nicht zuhören. Sehr geehrter Spinn-Navigationsoffizier, Grüße. Willkommen, heiligen Karlsberg, wir werden den Lied los verlieren. Hast du genug von der Ordnung? Glaubst du, dass das Leben mehr als nur Regeln und Vorschriften ist? Dann bist du bereit für ein akustisches und diskordisches Abenteuer. Diese 35 Thesen und Denkanstöße der Unruhe und den Dignus Velia sind geformt nach deinen Bedenken und lassen dich dein Universum erschaffen. Du hast es schon erschaffen. Du weißt es noch nicht. Du bist der Schöpfer der Thesen und Denkanstößen der Reverend in Dignus Velia. Jetzt fragst du dich. Wie kann das sein? Nun, sie und wir glauben an das Chaos. Und im Chaos gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Was das bedeuten soll. Genau das, was du willst. Bei uns bist du der Schöpfer und das Chaos ist deine Leinwand. Gemeinsam feiern wir das Absurde. In einer Welt, die ständig Ordnung fordert, bieten wir dir eine Pause von der Normalität. Unser Ziel, das Universum zu entwirren und die Heiligkeit des Unsinns zu zelebrieren. Klingt verwirrend? Das soll auch so sein. Denn in der Verwirrung liegt die Wahrheit. Dies ist ein diskordisches Manifest und ist ein Muss für jeden Freigeist. Schluss mit Langeweile und ernsten Ideologien. Folge immer und nie dem Thesen der Reverend in Dignus Velia. Die Weisheit des Chaos führt uns durch den Widerspruch oder auch nicht. Wir wissen es selbst nicht genau, aber das ist der Punkt. Ewige Blumenkraft, alles heilt ist Cordia.